Du möchtest gerne bei Dentaprime deine Zähne machen lassen, hast aber Bedenken, alleine nach Warner zu reisen? Das musst du aber nicht. Ich erkläre dir, welche Möglichkeiten du hast. Hallo, ich bin Alexander Krings von der Dentaprime Zahnklinik in Warner am Schwarzen Meer. Ja, vielleicht fühlst du dich unwohl damit, deine Reise nach Warner alleine einzutreten. Du hast Bammel wegen dem Flug oder Sorge, dass du vor Ort die ganze Zeit allein sein könntest. Viele unserer Patientinnen und Patienten reisen deshalb in Begleitung ein, zum Beispiel mit dem Partner oder der Partnerin oder auch ihren Kindern. Auch wenn man einfach nur Urlaub macht, ist Warner auf jeden Fall ein Besuch wert. Alternativ kannst du dich auch über unsere Facebook-Gruppe Freundeskreis Dentaprime mit anderen Patientinnen und Patienten verabreden. Dort findet man eigentlich immer jemanden, der mit demselben Flieger zu uns nach Warner weist. Ihr könnt euch dann schon am Flughafen verabreden oder auch vor Ort im Hotel. So bist du nicht allein und kannst dich mit anderen austauschen. Ich packe dir den Link zur Gruppe unten in die Beschreibung. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib sie einfach in die Kommentare unter dieses Video. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.